So, hallo und herzlich willkommen hier auf MTL Modding Team. Mein Name ist Kubra und, he he, wie ihr seht ist schon wieder ein Video da. Ja, dann kann ich nichts ändern, weil ich hab zwischendr hat ich noch eine Idee, deswegen Frage an euch. Das mache ich dann auch mit Premiere und radada, das seht ihr dann sowieso egal. Und zwar geht es darum, wie ihr seht Modding Tutorials. gibt es ja bei chines für 4,99€ zu kaufen sag ich mal kann man machen muss man auch nicht weil ich persönlich wie man sieht ich habe das da und ich habe das übrigens auf dem kanal auch schon hoch geladen es aktuell nicht gelistet wie man sieht da ich habe einmal das deutsche und einmal englische hochgeladen er da besteht die allgemeine frage an euch ob euch sowas interessiert ob ihr sowas gucken würdet und ob ihr sowas sage ich mal auch gebrauchen würdet so was haben wir denn eigentlich alles grundfunktionen scheint editor terrain bearbeiten felder erstellen objekte hinzufügen farmlands definieren eine startform zusammen schustern shops hinzufügen mission einrichten hinzufügen von ki verkehren hinzufügen von sounds da ist jetzt die frage ob euch sowas in interessiert oder eher nicht wenn es euch interessiert tue ich die playlist und die videos freischalten wenn es euch latte ist dann bleiben sie halt da dann habe ich sie als sicherung so ja ich bedanke mich dann recht herzlich fürs zusehen und ja bis zum nächsten mal euer kupra tschüss bis zum nächsten mal